Tillmann Struwe war ein deutscher Historiker. Der Sohn eines Kaufmanns wurde 1968-70. in Tübingen mit einer von Heinz Löwe betreuten Arbeit über Lampert von Hersfeld promoviert. Von 1969 bis 1978 war er wissenschaftlicher Assistent. Er habilitierte sich 1976 in Stuttgart mit der Arbeit die Entwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mittelalter. 1982 wurde er außerplanmäßiger Professor in Stuttgart. Struwe hatte Lehrstuhlvertretungen an der Universität Mainz und der Universität Tübingen. 1984 wurde er ordentlicher Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Wuppertal. Von 1995 bis zu seiner Emeritierung 2003 lehrte er als Nachfolger von Odilo Engels als Professor für Geschichte des Mittelalters mit dem Schwerpunkt. Frühes und hohes Mittelalter an der Universität zu Köln. Seine Nachfolge in Köln trat Klaus C. Jell-Eckes im Wintersemester 2003-04 an. Struwe war Mitglied der Deutschen Kommission für die Bearbeitung der Register Imperii. Seine Hauptarbeitsschwerpunkte waren die politische Theorie des Mittelalters und die Salierzeit. In seiner Dissertation über Lampert von Hersfeld konnte er die Eigenarten des in der Forschung lange umstrittenen Werkes aufhellen. Dem konservativen Lampert ging es mit seinem Geschichtswerk um die Erhaltung der alten, christlich-monastischen und politischen Werte, die er in der Regierungszeit Heinrichs IV unterbrochen und mit der Wahl des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden 1077 wiederhergestellt sah. In seiner Habilitation verfolgte er die Geschichte der Körpermetapher in staatsphilosophischen Schriften, Fürstenspiegeln und Publizistik von der Antike bis in das Spätmittelalter. Struwe gehörte zu den besten Kennern der Zeit Heinrichs IV. Mit Löwe hat er die regesten Heinrichs IV erarbeitet und war deren langjähriger Projektleiter. 1984 erschien die erste Lieferung, die die Zeit von 1056 bis 1065 behandelt. 2010 gab er zusammen mit Gerhard Lubig und Jörg Jäckel die bis 1075 Reichende zweite Lieferung heraus. Zwölf Beiträge aus den Jahren 1982 bis 2002 zu Heinrich IV. wurden 2006 erneut veröffentlicht. Im Herbst 2006 veranstaltete er in Köln anlässlich des 900. Todestages Heinrichs IV eine Tagung über die Salier, das Reich und der Niederrhein. Der Tagungsband über allgemeine und regionale Aspekte der Salierzeit wurde 2008 veröffentlicht. Struwes Forschungen in den 1980er bezüglich Agnes von Poitou führten zu einer positiveren Einschätzung über die Regentschaft der Witwe Heinrichs III. und Mutter Heinrichs IV. Struwes Arbeiten machten deutlich, dass sich Kaiserin Agnes planvoll aus der Reichsregierung zurückzog. Zwölf Aufsätze Struwes aus den Jahren 1973 bis 2003 zur politischen Theorie des Hoch- und Spätmittelalters wurden 2004 veröffentlicht. Thematisch handeln die Beiträge u.a. über die Bedeutung und Funktion des Organismusvergleichs, die Rezeption aristotelischer und römischer Staatstheorie, die Stellung des Königtums in der politischen Theorie der Salierzeit und die spätmittelalterliche Reichsreform. Schriften Die Entwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mittelalter Hiersemann, Stuttgart 1978 ISBN 3-7772-7805-X Die Registen des Kaiserreiches unter Heinrich IV. 1056 bis 1106 Erste Lieferung 1056 bis 1065 Bölau, Köln U.A. 1984 ISBN 3-412-0708-3-1 Heinz Löwe Religiosität und Bildung im frühen Mittelalter Ausgewählte Aufsätze Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Tillmann Struwe Bölau, Weimar 1994 ISBN 3-7400-09209 Die Salier und das römische Recht Ansätze zur Entwicklung einer säkularen Herrschaftstheorie in der Zeit des Investiturstreits Steiner, Stuttgart 1998 ISBN 3-515-07533-X